Was würden Sie arbeiten, wenn Ihr Einkommen gesichert wäre, fragen Sie in der Münchner Fußgängerzone. Das Bündnis Grundeinkommen hat nur ein einziges Wahlthema, die bedingungslose Existenzsicherung für alle. Weil es eine Lösung ist, die auf alle Probleme gleich eine Antwort hat. Man muss nicht bei jedem Problem eine Individuallösung finden, die dann auch wieder Nachteile hat, wo man überall rumdoktern muss. Es vereinfacht vieles. Und es soll Freiräume schaffen, seine Zeit besser zu nutzen. Sie erklären das genaue Konzept der Partei. Kein Arbeitslosengeld mehr, kein Wohngeld, kein Hartz IV. Niemand müsste mehr seine Bedürftigkeit nachweisen. Das soll Millionen an Verwaltungskosten sparen. Und dann gibt es keine steuerfreien Beträge mehr. Und jeder, der verdienen will, in Urlaub fahren will, der arbeitet halt. Man fragt sich dann schon, wie soll es finanziert werden, wo soll das Geld herkommen. Am liebsten hätten die Aktivisten einen Volksentscheid zum Grundeinkommen. Doch auf Bundesebene gibt es den nicht. Deshalb haben sie stattdessen eine Partei gegründet.